Liebe Studierende, willkommen zum zwölften Podcast des Semesters. Wir behandeln die physikalischen Eigenschaften der Wellen, und zwar von einem allgemeinen Standpunkt aus. Dies ermöglicht auch eine Erweiterung der Diskussion im Zusammenhang mit den elektromagnetischen Wellen. Wellen entstehen durch Ankopplung eines Erregers oder Schwingers an ein Kontinuum, auch Medium genannt, in dem sich die Wellen ausbreiten können. Als spezielles Beispiel sind die bereits diskutierten elektromagnetischen Wellen zu erwähnen, wobei schwingende elektrische Ladungen, Erreger, veränderliche elektromagnetische Felder erzeugen, die sich im Vakuum ausbreiten können. Als Gedankenexperiment zur Herleitung der Wellenfunktion betrachten wir Korkteilchen auf einer Wasseroberfläche an einem Faden in Z-Richtung aufgereiht und der Reihe nach durchnummeriert. Wir werden uns auf harmonische Wellen beschränken. Lenkt man zum Beispiel den Körper mit der Nummer 0 periodisch senkrecht zur Seilrichtung aus, dann spüren das alle benachbarten Körper und folgen dem erstens mit einer gewissen Phasenverschiebung. Beobachtet man nur einen Körper der Reihe, dann bleibt er an der eben zugewiesenen Stelle Z, schwingt aber periodisch zum Beispiel cosinusartig auf und ab. Jedes herausgegriffene Teilchen führte eine harmonische Schwingung mit der Kreisfrequenz Omega und der Periodendauer T aus, jedoch mit einer Phasenverschiebung Delta bezogen auf Teilchen Nummer 0. Übrigens, die Periode T ist gleich 2P geteilt durch Kreisfrequenz. Die Wellenfunktion an einer beliebigen Stelle Z lautet damit Amplitude A mal cosinus von Kreisfrequenz mal Zeit minus K mal Ortskoordinate Z. Die Wellenfunktion besitzt eine Orts- sowie Zeitabhängigkeit. K nennt man Wellenzahl und ist gleich dem Verhältnis 2P geteilt durch Lambda, wobei Lambda die Wellenlänge ist. K wird auch als Wellenvektor bezeichnet und ist parallel zur Ausbreitungsrichtung der Welle. Greift man einen Punkt der Welle mit konstanter Phase heraus, setzt man sich also zum Beispiel auf einen Wellenberg, dann erhält man die sogenannte Phasengeschwindigkeit der Welle gleich Wellenlänge mal Frequenz. Mit dieser Geschwindigkeit bewegt man sich dann längs der Z-Achse. Im Fall der elektromagnetischen Wellen ist die Phasengeschwindigkeit gleich der Lichtgeschwindigkeit. Die allgemeine Wellengleichung ist identisch zur Wellengleichung für die elektromagnetischen Wellen. Man prüft sofort, dass die vorher eingeführte Ebenewelle eine Lösung dieser Differentialgleichung darstellt. Es gibt transversale, wobei die Auslenkung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung erfolgt, longitudinale, mit Ausdehnung, Kompression des Mediums längs der Ausbreitungsrichtung und auch polarisierte Wellen. Besonders wichtig als Wellenphänomen sind die Wellengruppe oder Wellenpaketen. Aus der Superposition von geeigneten Wellen entstehen solche Wellengruppen. Eine Wellengruppe ermöglicht die Übertragung von Informationen. Wellengruppen entstehen durch Überlagerung vieler harmonischer Wellen mit Frequenzen aus einem ganzen Frequenzband und mit Wellenlänge aus einem gewissen Wellenlängenbereich. Als Beispiel betrachten wir die Überlagerung von nur zwei Wellen unterschiedlicher Frequenz und Wellenlänge. Es entsteht eine Schwebungswellengruppe. Verfolgt man nun eine Gruppe mit konstanter Gruppenphase, dann findet man die sogenannte Gruppengeschwindigkeit, gleich der Ableitung nach der Wellenzahl der Kreisfrequenz. Die Wellenzahlabhängigkeit der Kreisfrequenz nennt man Dispersionsrelation. Die Gruppengeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Wellengruppe bewegt. Wir bemerken, dass Phasen- und Gruppengeschwindigkeit einer Welle nur dann gleich sind, wenn die Dispersionsrelation linear ist. Wir haben dann einige Spezialfälle von Überlagerung von Wellen angeschaut. Erstens die stehenden Wellen. Stehende Welle erhält man durch Überlagerung zweier ebener Wellen mit gleicher Amplitude, die gegeneinander laufen. Es gibt Stellen im Raum, wo sich die Teilchen des Mediums nicht bewegen. Dort befinden sich Knotenpunkte. Zwischen zwei Knotenpunkten liegt jeweils ein Wellenbauch. Der Abstand zwischen Knotenpunkten beträgt immer die Elfte der Wellenlenk. Die Superposition von Wellen führt auch zur Interferenz, die dann beobachtbar ist, wenn diese Wellen dieselbe Frequenz und Wellenlänge besitzen, aber gegeneinander Phasen verschoben sind. Experimentell interessanter ist die Interferenz von Kreiswellen, deren Wellenzentren geringfügig gegeneinander verschoben sind. Dann gibt es Raumbereiche, in denen man konstruktive Interferenz und andere, in denen man destruktive Interferenz beobachten kann. Das ist in einer Wasserwellenwanne mit zwei synchron arbeitenden Tauchstiften gut demonstrierbar. Als weiteres Beispiel der Wellenphysik haben wir die Bewegungsgleichung für transversale Seilwellen ergeleitet. Dies erfolgt, in dem man den Grenzübergang zum elastischen Kontinuum der Situation einer Pendelkette vollzieht. Die Phasengeschwindigkeit der Seilwelle ist gleich der Wurzel des Verhältnisses zwischen die Spannung Sigma und die Mediumsdichte Rho. Also ist die Dispersionsrelation linear. Seilwellen zeigen keine Dispersion, Phasen- und Gruppengeschwindigkeit sind gleich. Besonders interessant ist das Problem der Reflexion einer Seilwelle. Am festen Ende erleidet die Welle bei der Reflexion einen Phasensprung von Phase Phi gleich Pi. Am losen Ende gibt es keinen Phasensprung. Die Phase ist dann gleich Null. Als letztes Beispiel einer Welle haben wir elastische Wellen studiert. Diese sind Schallwellen, die wir im Frequenzbereich zwischen 20 Hertz und ca. 16 Kilohertz hören können. Im Prinzip werden elastische Wellen in einem Stab erzeugt. Durch die Differenz der Normalspannungen Sigma auf den beiden Seiten des herausgegriffenen Massenelements Delta M erfährt dieses eine nach rechts gerichtete treibende Kraft, die die Entstehung einer elastischen Welle verursacht. Die Phasengeschwindigkeit der longitudinalen elastischen Wellen ist gleich der Wurzel des Verhältnisses zwischen das Elastizitätsmodul E und die Mediumsdichte Rho. Man kann mit dem Ammer auch einen seitlichen Schlag auf dem Stab ausführen. Es wird dadurch eine transversale elastische Welle im festen Körper angeregt. In der Phasengeschwindigkeit ist dann das Elastizitätsmodul E durch das Dorsionsmodul G zu ersetzen. Es ist auch von Interesse zu bemerken, dass Elastizitätsmodul E und Torsionsmodul G nicht völlig unabhängig voneinander sind. Es gilt die empirische Beziehung, dass Torsionsmodul drei Aktel vom Elastizitätsmodul ist. Das heisst, die longitudinale Phasengeschwindigkeit ist grösser als die transversale Geschwindigkeit. Analog kann man z.B. longitudinale Schallwellen in Gasen erzeugen. In der Schallgeschwindigkeit tritt das Kompressionsmodul K auf. Nächste Woche werden wir uns mit dem letzten Thema der Vorlesung beschäftigen, die spezielle Relativitätstheorie. Ich freue mich auf die nächsten Vorlesungen mit Ihnen. Ich freue mich auf die Kompressionsmodul G.